herzlich willkommen auf lh cybersecurity und schön dass du da bist wir schauen uns heute modul 4 an und hier geht es um topologien ich zeige euch die sieben topologien die es gibt und beginnen wir gleich mal mit dem ring der ring wird bei most verwendet das ist ein serieller datenbus und hier ist eben der vorteil dass wenn ein gerät ausfällt kann können die daten anders rumgeliefert werden zum beispiel wenn hier ein strich ist oder die die verbindung gekartet wird und er hier über das tragen will die daten geht ja nicht weil die verbindung hier unterbrochen wurde kann er einfach noch den langen weg außen rum gehen und das gerät trotzdem erreichen dann haben wir hier das für maschte das wird ab und zu auch verwendet aber eher weniger dann haben wir sternformation das wird sehr häufig bei ethernet verwendet hier ist ein server in der mitte der hat eben alle anderen ansprechen kann wenn der in der mitte abstürzt schaut schlecht für die anderen aus dann haben sie keine verbindung diesen vorteil oder nachteil hat funk eben nicht oder das voll vermaschte netz voll vermaschte netz kann man auch bei ethernet einstellen oder aufbauen aber häufig wird eben voll vermascht bei funk verwendet und hier hat eben jeder mit jedem verbindung und es ist nicht so schlimm wenn einer mal ausfällt dann können die anderen trotzdem die daten erhalten und normal weiter arbeiten dann haben wir hier die linie wird auch daisy chain genannt einfach eine verbindung von mehreren geräten und wenn hier die linie unterbrochen wird von einem gerät dann ist eben der datenverkehr für die anderen auch vorbei wie ähnlich wie bei einer lichterkette bei einem christbaum wenn da eine birne durchbrennt dann funktionieren die anderen auch nicht mehr jetzt schauen wir uns den baum an ist auch eine extra kategorie die man ab und zu verwendet um eben weiterhin gute datenwege mit wenig unterbrechung zu erschaffen dann kommen wir zum bussystem das wird beim campus zum beispiel verwendet gibt natürlich auch andere viele bussysteme die das verwenden und hier hat einfach jeder kontakt mit jedem wenn einer ausfällt dann macht es gar nichts aus denn die daten können trotzdem weiter fließen genau das waren die topologien ich hoffe ihr konntet wieder was lernen und dann sehen wir uns im nächsten modul